im großen ganzen war es wirklich ein tolles let's play auch für mich hat zwar auch wieder ein bisschen lange gedauert weil es auch viele andere projekte noch mit offen hatte und ich nicht so viel hochkladen habe gebe es zu also speziell persona 3 ansies es war bis jetzt noch richtig viel am hochladen täglich aber trotzdem war aber trotzdem ein tolles projekt so für mich ich glaube es ist jetzt ein halbes jahr glaube es an personen drei ja manchmal mit dem fett sack war halt schon das projekt für mich hat spaß gemacht immer so viel vorlesen was auch meine schwimme meine stimme meine stimme schon schont in sachen let's plays ist halt schon angenehmer zum beispiel in final 15 9 wenn ich das 20 minuten aufnehme dann ist meine stimme schon ein bisschen matsch naja ich sag mal so blue bei so großen rpgs da ist auch schon normal dass irgendwann eine pause drinnen kommt finde ich weil irgendwann ist ja noch mal eine große pause bei so projekt dass irgendwie 130 parts glaube persona wird es um die 150 parts auch sein doch schon eine hausnummer das wird genauso lang sein das werden doch alles so lange projekte sein freu ich mich aber irgendwie so Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, da war gerade ein kleiner Mini-Lag. Komm, ich mache jetzt mal gleich mal so richtig harte Moves ey und versuche die mal weg zu knallen. Vielleicht bekommst du ja ein paar so Optionen. Will nochmal jetzt den letzten Tag noch was kacke hauen ey. Oh, bei den beiden, cool. Ja, bis gleich, lecker Matar. Ja, bis gleich, lecker. Ja, bis gleich, lecker. Das ist so gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Kann ich das Buch so kaufen da gerade? So eine Pitsch ey So eine Pitsch ey Oh das freut mich für dich Honey Das freut mich für dich Oh das freut mich für dich Wollte ich jetzt irgendwie in Bisserei gehen und nicht so weglaufen? Komische Frau Oh hey Wollte ich dann an diesem Tag in Tadorus sind Ich werde dann glaube ich es schon mal kleiner 5 Minuten Pause machen Ich werde dann sanitär gehen, kurz mal ein bisschen frische Luft schnappen Ja Und solche Sachen machen auf jeden Fall Keine gerade gar nichts ey Das ist richtig schlimm gerade What will you do? Schlafen wir einfach Oh Na rennen heute alle Mädels davon Ja Mitsuhro Shihiro Dann hier Honey auch die ganze Zeit Ja Ja ich merke das schon so Der Showshullink hier mit Honey stockt auch Habt das Gefühl Spaß Gehen wir dann mal so ein Fetti Musst du mehr mit mir reden Ich rede doch schon voll viel hier Also mehr reden kannst du ja auch nicht Ne ich bin das jetzt hier Blue Ich hab Bock auch drauf ne Ich bin das jetzt hier heute Das ist mein Ehrgeiz auch Ich werde heute beenden Ja es rede doch Honey Where have you been? Blue du hast heute wieder den besten Kommentar hier abgeliefert im Chat Der war gut ey Der war gut Das war ein richtig guter Uppercut ey In der Fresse gerade von Honey Entschuldigung Honey Dass ich Fresse gesagt habe Aber das war gerade von Blue Wix So ein Uppercut gerade So ein verbaler Uppercut Der war gemein Aber der war gut Der war gut Muss ich mir merken Auf jeden Fall Schade dass keiner der anderen Jungs den so mitbekommen haben Dafür hätte man das jetzt erst gerade feiern müssen Ach so viel schreiben wir doch auch nicht Honey Und du hörst doch jeden Tag meine Stimme Na nicht jeden Tag Also ich streame ja halt Fast täglich Mal bis ein paar Pausen Aber ich bin keine Maschine Auch wenn ich so gut bin Ich bin keine Maschine Nee nicht Peter Am Spielplatz Wie gesagt es gibt Grenzen So was Zum Beispiel hier auch Honey Du spielst auch mal hier LOL Mit mir auch Und den anderen Jungs Ja das kann hier auch nicht So jeder von sich behaupten Schon ein Privileg hier Mit dem Meister zu spielen Ich bin ja holden Doch ich consider Ich bin ja sehr warm Und du denkst tous Ich bin ja sheets Ich bin ja Ich bin ja Ein Dein das ist ein natal russ auch nene wir gehen ja gleich schon nach kateros das ist kein privileg aber mit dem meister zu spielen also mit mir ist ein privileg boah anscheinend spark die letzten tage ziehen sich hier gerade so derbe habe ich das gefühl na das kacke ich hoffe du bekommst das ganze ende dann mit heute noch da komm fuhr Super. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja auch die scheinberg der ist nur für das hier nur für das scheint spark am letzten tag in persona 3 mache ich noch was mit ukari obwohl das hoffling voll ist ja gehen wir in dein zimmer ukari nur für scheinberg noch einmal kurz vor letzten kampf ein bisschen schnick schnack gemacht ein bisschen spaß gehabt noch eine greetings bereit ach das war noch schön jetzt gegen ende das war noch gefreut zu gegen ende so wird einmal kurz hier den part abenden bei youtube so wird einmal kurz vor